Willkommen zur Präsentation von Optitex. Durch den neuen Interviewmodus in Optitex wird das Anlegen eines E-Bilanzprojektes zum Kinderspiel. Wir demonstrieren Ihnen hier den Ablauf Schritt für Schritt. Die Adressdaten werden zuerst abgefragt. Diese sind essentiell für das Projekt. Schon während der Eingabe der Daten erfolgt eine logische Prüfung. Basisinformationen werden per Multiple Choice abgefragt. Handelt es sich um eine Neugründung? Welche Bilanzart wollen Sie wählen? Welches Wirtschaftsjahr? Welche Rechtsform? Es stehen Ihnen dabei alle Optionen offen. Die gängigsten auf einen Blick, alle weiteren sind natürlich auch vorhanden. So können Sie sich angeleitet durch sinnvolle Vorauswahlen bis zur Finalisierung des Projekts durchklicken und haben die erste Hürde bei der Erstellung der E-Bilanz durch den Interviewmodus spielend genommen. Alle Informationen finden Sie anschließend auch noch als Übersicht zur Kontrolle. Sind die Stammdaten korrekt, geht es dann direkt los mit der Auswahl der Summen- und Saldenliste und in die E-Bilanz. Dann entsprechende Spalten auswählen. Fertig. Stammdaten können Sie entweder manuell eingeben oder importieren. Dazu einfach, wie zu sehen, ein anderes Projekt auswählen, in dem die Stammdaten schon vorhanden sind. Das Mapping funktioniert über simples Drag-and-Drop. Wir wählen hier Grundstücke, ziehen das auf die Position und haben den Betrag zugeordnet. Den Betrag können Sie natürlich manuell ändern. Auch mehrere Konten gleichzeitig zuzuordnen, funktioniert wie aus Windows-Standards bekannt. Es ist auch möglich, das Mapping aus einer Vorlage zu importieren. Noch nicht zugeordnete Konten dann einfach manuell nachziehen. Während des ganzen Vorgangs wurde unten das Live-Reporting aktualisiert. Sie können dort also jederzeit Ihre E-Bilanz verfolgen bzw. das, was Sie an das BMF übermitteln kontrollieren. Nun noch validieren und versenden. Bei einer Fehlermeldung bei der Validierung einfach per Doppelklick zum Fehler springen und korrigieren. Erledigt. Sie können auch weitere Bestandteile hinzufügen, zum Beispiel eine Überleitungsrechnung. Einfach die einzelnen Positionen entsprechend eintragen. Informationen zu jedem Feld finden Sie in der Dynamischen Hilfe. Die Hinweise und Erläuterungen aus der Hilfefunktion stammen dabei aus dem E-Bilanz-Standard-Nachschlagewerk E-Bilanz, Erläuterungen und Anleitungen zur Taxonomie aus dem Stollfußverlag. Das Werk finden Sie komplett digitalisiert in Optitex. Auch die Überleitungsrechnung ist jederzeit im Live-Reporting kontrollierbar. Die Nutzerverwaltung ist ebenfalls denkbar einfach. User anlegen, Rechte zuweisen, erledigt. Viel Erfolg bei der Erstellung der E-Bilanz mit Optitex.